1, 2, 3, haben wir schon verpennt, gell? So ist es mit diesem Vorspielen. Hacke, zack. Und jetzt hat entweder Kreuz oder normale Seitschritte und zu St. Paul schauen nach Norden. Und Hacke, Spitze, schrägen Achel, links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geradeaus. Und drück. Und jetzt wieder Seitschritte mit Kreuz oder einfach mit Ballstellen mit Füße. Und Hacke zur Bavaria. Spitze, Hacke, Spitze und schrägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geradeaus zur Bavaria. Und drück. Und seit Kreuz, seit Kreuz, seit Kreuz, seit Kreuz. Und Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, schräg nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geradeaus. Und wieder Kreuz, wer mag. Und wir schauen wieder zum Palminggarten. Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, schräg nach links. Und wieder Zeit. Und Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, schräg nach links. Und drück. 2, 3, 4, geradeaus. Und Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze. Und Hacke, Hacke, Spitze, schräg nach links. Und Zeitschritte, Hacke, Kreuz, Schläge. Und Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, schräg nach links. Ja, aus. Wunderbar. So, wir machen gleich weiter. Dann. Vielen Dank.